Andro Eschlemann war ein sehr spektakulärer Match für uns, weil es so viele Goalszene und auch Goals gegeben hat. Wie war es für den Goal? Es war sicher nicht so einfach am Anfang, wenn es nach 5 Minuten schon 2 Goal dahinter ist. Aber ich glaube, wir haben uns als Mannschaft sehr gut gelöst. Wir haben über 60 Minuten besser gespielt und verdient heute 3 Punkte hier in Davos. Aber beide Seiten einen Haufen zugelassen. Das heisst, ihr wart recht gefordert. Es gab ein paar spektakuläre Aktionen. Ich glaube, am Schluss versuche ich meinen Job zu machen, dass wir keine Mannschaft im Spiel behalten. Das ist mir heute recht gut gelungen. Jeden Abend spielen, immer bereit sein, immer dran sein. Wie geht das? Das ist mein Job. Ich glaube, wir haben das ganze Jahr für das planiert. Und ich glaube, am Schluss ist es ein Job und ich will das Versuch umsetzen, so gut wie es geht.